Dieses ist eine ganz besondere Hypnose, ein Liebesbrief an Deinen Körper und Deine Gesundheit, ein zauberhafter Brief, der Dich heilen und stärken können. Ist es nicht höchste Zeit, dass Du Dich bei Deinem Körper einmal bedankst für alles, was er schon für Dich getan hat? Höchste Zeit, dass Du ihn dabei unterstützt, Deine Gesundheit zu stärken und Deine Selbstheilung anzuschieben? Diese Hypnose, dieser Liebesbrief an Dich selbst, wird Dich in jeder Hinsicht stärken und heilen und er wird Dir einen herrlichen inneren Frieden schenken, zum Beispiel direkt vorm Einschlafen oder nach der Arbeit oder vor Deinem Start in den Tag. Mein Name ist Martin Wehle und es ist mir eine große Freude, Dich durch diesen Liebesbrief an Deine Gesundheit, an Deinen Körper zu begleiten. Und ehe wir mit dem erstaunlich wirksamen Liebesbrief beginnen, ist es ganz wichtig, dass Du Dich in eine Haltung tiefer Dankbarkeit versetzt. Denn dankbare Menschen, das ist sogar medizinisch nachgewiesen, dankbare Menschen leben länger, leben gesünder und sie kommen nach Krankheiten viel besser wieder auf die Beine. Wie ist das bei Dir? Bist Du Deinem Körper wirklich dankbar, dass er Dich seit Deinem ersten Tag auf der Erde durch Dein Leben begleitet? Bist Du Deinen Beinen dankbar, dass Du auf ihnen gehen kannst? Bist Du Deinen Fingern dankbar, dass Du mit ihnen greifen kannst? Und bist Du Deinem Geist dankbar, dass Du so gute Ideen und so viele Gedanken hast? Bist Du wirklich dankbar, oder kann es sein, dass Du, wie die meisten Menschen, dazu neigst, an den Körper eher dann zu denken, wenn er gerade mal nicht wie gewünscht funktioniert? Kann es sein, dass Du Dich zu sehr auf kleinere oder größere Mängel in der Gesundheit konzentrierst, statt zu würdigen, dass Dein Herz jeden Tag für Dich schlägt und Deinen Körper mit Blut und Dich mit Leben versorgt? Kann es sein, dass Du den weniger positiven, den weniger beglückenden Gedanken zu viel Raum in Deinem Kopf einräumst? Kann es sein, dass Deinem Kopf vorhandenes Glück noch ganz viel Raum hätte, um sich weiter auszudehnen, um Dein Leben zu verschönern und Deine Selbstheilungskräfte zu vervielfachen? All das wird passieren, wenn Du gleich den Liebesbrief an Deine Gesundheit Wort für Wort mitdenkst und Wort für Wort wahr machst. Denn es bewegt sich im Leben immer das, was Du ausdrücklich ansprichst. Sprich das an, was in Deiner Gesundheit nicht stimmt und genau das wird wachsen. Sprich das an, was in einer Beziehung nicht stimmt und genau das wird wachsen. Und damit ist Dir nicht gedient. Doch umgekehrt, umgekehrt wird ein wunderbares Mittel daraus. Sprich das an, was stark ist und gut ist an Deiner Gesundheit. Und diese Stärke, genau diese Stärke, die nimmt zu. Sprich das an, was stark ist in Deiner Beziehung und genau das, genau diese Stärke nimmt zu. Sprich das an, was Dich beglückt und Dein Glück wird wachsen. Genau deshalb ist der Liebesbrief, den Du gleich in dieser Hypnose hören wirst, deshalb ist er so enorm wirksam. Er nutzt das Resonanzprinzip und er wird ein starkes und tiefes Echo in Dir finden. Je mehr Du Dich auf Deine Gesundheit konzentrierst, auf Deine Selbstheilung konzentrierst, desto mehr Gesundheit, desto mehr Selbstheilung wird durch Deinen Körper fließen und sich überall in Dir unwiderstehlich ausbreiten. Dein Brief spricht diese positiven Punkte, diese großen Kraftreserven an. Und das Positive wird Dir antworten, indem es Dir Kraft schenkt und Gesundheit schenkt. Und bestimmt wirst Du staunen, wie schnell und wie zuverlässig das funktioniert. Und je öfter Du diesen Liebesbrief an Deine Gesundheit hörst und je öfter Du ihn mit jeder Pore Deines Körpers aufnimmst und empfindest, desto wirksamer wird er sein. Und damit Du den Liebesbrief an Deine Gesundheit, an Deinen Körper, damit Du ihn ganz tief, ganz tief in Dein Bewusstsein einlassen kannst, ist es sehr hilfreich, dass Du Deinen Körper jetzt in einen Zustand der völligen Ruhe bringst. Vielleicht merkst Du schon, wie sich Dein Atem immer mehr und mehr beruhigt. Du atmest ein und Du atmest aus, ganz ruhig und ganz langsam. Du atmest ein und schöpfst wunderbare Kraft. Und Du atmest aus und lässt alles los, was Dich noch an einer vollkommenen Ruhe und vollkommenen Gesundheit hindert. Du atmest Kraft ein und Du atmest alles, alles aus, was Dir keine Energie schenkt. Und je öfter und je bewusster Du atmest, desto mehr kommst Du in der Mitte Deines Körpers an, in der Mitte Deines Geistes. Du bist jetzt ganz ruhig. Du bist jetzt ganz bei Dir. Du bildest mit Deinem Körper und Deinem Geist eine vollkommene Einheit. Und wenn Du dieses Gefühl jetzt zulässt, wenn Du es ganz tief spürst, dann merkst Du, dass es Dich mit der ganzen Erde, mit der ganzen Natur verbindet. Alles andere, was gerade noch wichtig war, hat aufgehört zu existieren. Es gibt nur noch Dich und Deinen Körper, der immer mehr und mehr, mehr und mehr entspannt. Beobachte einmal, wie ein warmes und angenehmes Kribbeln von oben nach unten durch Deinen ganzen Körper fließt, wie es ihn entspannt und lockert, wie es Dein Gesicht lockert, wie es Dein Nacken lockert, wie es Deine Schultern weicher macht, wie es Deine Arme und Hände entspannt, wie es Deine Brust und den Bauch löst, wie es Deine Arme und Hände entspannt, immer befreit, wie es Deine Beine und Füße immer wärmer, immer wärmer macht, und immer schwerer, immer, immer schwerer macht. Du bist jetzt eins mit Deinem Körper, eins mit Deiner Seele, eins mit Deinem Leben und eins mit dem ganzen Universum. Die Welt besteht nur noch aus Dir, Dein Körper wird zu einem Himmelskörper und er fliegt jetzt in eine Umlaufbahn der perfekten Gesundheit. Er wird getragen. Und dabei hilft Dir Dein herrlicher Liebesbrief an Deinen Körper, an Deine Gesundheit, den Du jetzt, den Du jetzt beginnst. Achte darauf, wie Du Dich mit jedem Wort des Briefes noch etwas wohler in Deinem Körper fühlst, wie Du mehr Vertrauen in Deine Selbstheilung entwickelst und wie Deine Selbstliebe und Dein Selbstbewusstsein wachsen. Achte darauf, wie Du in einen Zustand in der vollkommenen Energie gerätst. Einen Zauber, wie Du ihn vielleicht nie zuvor empfunden hast. Und jetzt beginne ich mit dem Liebesbrief. mein Lieber, lieber Körper, wann habe ich mich zuletzt bei Dir bedankt? Wann habe ich Dir zuletzt gesagt, was für ein herrliches Gefühl es ist, in Dir zu leben? Wenn ich richtig nachdenke, dann fällt mir auf, dass viele Menschen und viele positive Gefühle sich im Laufe der Jahre in meinem Leben verloren haben. sie waren da und sie gingen wieder. Aber Du, mein lieber Körper, Du warst immer, immer da für mich seit dem Tag meiner Geburt. Dieselben Beine, mit denen ich heute durch die Welt gehe, dieselben Beine haben schon am Tag meiner Geburt gestrampelt. und ich danke Dir für diese Beine, ich danke Dir dafür von ganzem Herzen. Dieselben Hände, mit denen ich heute nach einem Stift oder nach einer Scheibe Brot greife, dieselben Hände haben schon nach meiner Mutter gegriffen am Tag meiner Geburt. Derselbe Mund, mit dem ich am Tag meiner Geburt geschrien habe, derselbe Mund begleitet mich nun schon durch mein ganzes Leben Derselbe Mund hat schon so viele Küsse empfangen und gegeben. Derselbe Mund hat in der Liebe geflüstert und im Beruf kluge Dinge gesagt. Und ich bin dankbar, so, so dankbar, lieber Körper, dass Du mich schon so lange durch mein Leben begleitest, dass Du mich so treu durch mein Leben begleitest. Denn Du, Du bist bei mir an jedem Tag und in jeder Nacht, in jeder Stunde, und in jeder Minute, Du bist immer, Du bist immer bei mir. Und es ist ein herrliches Gefühl, dass ich mich so sehr auf Dich verlassen kann. ich verlasse mich darauf, dass Du mich mit Atem versorgst. Du atmest von ganz allein diese herrliche, frische, kühle Luft. ich muss nichts dafür tun und ich muss nichts dabei denken. Du besorgst diesen wichtigen Job, diesen Job meines Lebens und Überlebens. Du besorgst ihn von ganz allein. Ich danke Dir dafür. Ich liebe Dich dafür. Du bist wunderbar. wunderbar. Und erst mein Herz, ich habe es noch nie, noch nie gesehen und doch spüre ich es jeden Tag in meiner Brust. Ich habe keine Ahnung, wie es das macht und doch schlägt es Sekunde für Sekunde und doch versorgt es mich mit Blut und mit Leben und ist das Zentrum all meiner Liebe. Ich möchte Dir danken, mein Liebesherz, danken für all die Jahre, die Du mich jetzt schon durch mein Leben begleitest. Ich danke Dir, liebes Herz, für all die herrlichen Gefühle, die Du mir schon geschenkt hast. Ich danke Dir für meine erste Liebe, die die Schnelle hat schlagen lassen. Ich danke Dir für das Mitgefühl, das ich anderen Menschen schenken kann und der Natur schenken kann und jedem Lebewesen und jedem Lebewesen schenken kann. Ich danke Dir für dieses Mitgefühl, das mich mit allem, allem auf Erden verbindet. Ich danke Dir für dieses wunderbare Gefühl, dass ich mit etwas Größerem, Stärkerem verbunden bin, mit dem Himmel, mit den Meeren und mit der Kraft und mit der Kraft des Windes. Du, mein liebes, liebes Herz, Du schenkst mir das Gefühl, dass ich noch größer bin, als mein Körper es ahnen lässt, dass ich liebevoll bin und voll der Liebe bin, dass ich gedeihen und verzeihen kann. All das, mein liebes, liebes Herz, machst Du, machst Du mir möglich. Deine Kraft ist es, die mich mit Lebensenergie versorgt. Deine Kraft ist es, die meine Gesundheit immer wieder stärkt und dafür sorgt, dass meine Heilung, wenn sie nötig ist, schnell, schnell voranschreitet und meinen Körper wieder ins vollkommene Lot bringt. Du, mein liebes, liebes Herz, Du bist das Zentrum meines Lebens, meines Fühlens und meiner Gesundheit. Und Dir, mein liebes Herz, Dir möchte ich natürlich von Herzen danken. danken für all das, was Du mir schon seit so vielen Jahren schenkst. Danken dafür, dass es Dich gibt. Ich liebe Dich, mein Herz, Ich liebe Dich so sehr und so tief, dass ich mit Dir verschmelze. Du bist das beste Herz, das ich mir wünschen kann und ich werde künftig viel öfter voller Dankbarkeit und Liebe an Dich denken. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass es Dich gibt. es ist ein Geschenk des Himmels und ich weiß, dieses Geschenk jetzt mehr und mehr zu würdigen. und während ich diese Gedanken formuliere, diesen Liebesbrief, derweil merke ich, wie Deine Kraft und Deine Freude zunehmen, wie Du meinen ganzen Körper noch gesünder machst und mich noch stärker und liebevoller. dafür, mein Liebesherz, dafür danke ich Dir unendlich. und je mehr ich mich auf Dich konzentriere, desto mehr spüre ich ein Licht, das von Dir ausgeht, ein Licht in einer Farbe, die ich ganz besonders mag. Je länger ich an diese Farbe denke, desto deutlicher kann ich sie vor meinem inneren Auge sehen. Ich kann sehen, wie diese herrliche Farbe sich mit einem angenehmen Kribbeln in meiner Brust ausbreitet und wie sie durch meinen ganzen Körper fließt, durch meine Brust fließt, durch meine Arme und Hände fließt, durch durch meinen Nacken fließt und durch mein Gesicht und meinen Kopf fließt, die herrliche diese herrliche Farbe, diese Farbe der Kraft und der Heilung. Ich spüre, wie diese Farbe der Gesundheit, diese Farbe, die mich stärkt und heilt, wie sich diese Farbe auch in meinem Bauch ausbreitet, die sie meinen Unterkörper leuchten lässt und wie sie warm und kribbelnd meine Beine und Füße erreicht. Ich danke dir, mein allerliebstes Herz, für dieses positive Signal, für diese herrliche Farbe, für diesen vorzüglichen Schutz meiner Gesundheit, den ich im Alltag jetzt immer mehr sehen werde, immer mehr aktivieren werde und immer mehr für meine Lebens- und Heilenergie nutzen werde. Und wie ich dir danke, mein liebes, liebes Herz, so will ich auch meinem Gesicht danken, denn kein anderer Mensch auf dieser Erde, kein anderer von diesen Milliarden, keiner sieht so aus wie ich. Dieses Gesicht schenkt mir eine Einmaligkeit, wie sie herrlich und göttlich ist. Ich danke meinen Augen für all die herrlichen Anblicke, die sie mir in meinem Leben schon geschenkt haben. Für das Gesicht eines geliebten Menschen, das ich durch sie sah. Für einen Sonnenaufgang, den ich durch sie sah. und für ein Abend rot, das vom Himmel bis in mein Herz geflossen ist. Dafür, für all diese herausragenden Anblicke, ihr lieben Augen, dafür möchte ich euch von Herzen danken. Ich danke meiner Nase dafür, dass sie so zuverlässig Luft holt und dass sie mich mit den herrlichsten Gerüchen versorgt, mit dem Duft der Blumen, dem Duft der Wälder, dem Duft des leckersten Essens und dem vertrauten Geruch eines nahen Menschen. Dafür, meine liebe Nase, dafür möchte ich Dir von Herzen danken. Ich danke meinen Ohren, dass sie mich den Gesang der Vögel hören lassen. Die schönste Musik hören lassen und auch das intimste Liebesgeflüster hören lassen. Und wenn ich jetzt ganz genau hinhöre, dann höre ich mein eigenes Herz in der Brust, das immer, immer ruhiger schlägt, noch liebevoller schlägt, noch zuverlässiger schlägt, ich höre den zuverlässigen Takt meines Lebens, den Takt meiner Gesundheit, den Takt meiner Selbstheilung. Solange dieses Herz in diesem Rhythmus schlägt, weiß ich, dass alles gut wird. Und dafür, dass ich das alles hören kann, dafür, meine lieben Ohren, möchte ich euch von ganzem Herzen danken. Dich danke meinem Mund für all die Küsse, die er schon gegeben und empfangen hat, für all die delikaten Speisen, die er schon gegessen und mich damit erfreut hat. Ich danke meinem Mund für all die klugen und herzlichen Worte, die er schon gesprochen hat und damit andere zutiefst berührt hat. Dafür mein lieber lieber Mund dafür möchte ich dir von Herzen danken. Und ich möchte auch meinem Bauch danken dafür, dass er mir dieses herrliche Bauchgefühl schenkt. schenkt Gefühl, das mich ganz rasch spüren lässt im Leben, was gut für mich ist und was nicht. Ich danke dir, liebster Bauch, dass du mich auf das Gute aufmerksam machst und vor dem weniger Guten beschützt. Ich danke meiner Verdauung, dass sie schon so viel Nahrung in pure Lebensenergie und Kraft verwandelt hat. dass sie mich wie ein körpereigenes Kraftwerk mit Power und Selbstheilung und Gesundheit versorgt. Ich danke dir von Herzen meine Liebe Verdauung. Und ich danke meinem Darm, der schon so viele Speisen für mich aufgenommen und verkleinert hat. Meinem Darm, der meinen Körper entlastet und mir immer wieder neue Entspannung schenkt. Mein lieber, lieber Darm, ich danke dir von Herzen. Ich danke meinen Armen und Händen, die im Leben schon so viel für mich getan haben. Die meine Bettdecke unter die ich schlüpfe für meinen Körper anheben. Meine Hände, die einen geliebten Menschen streicheln können. Meine Hände, mit denen ich liebevoll über meine eigene Haut streicheln kann. Meine Hände, die in jeder Tastatur tippen und alles, alles greifen können auf der Welt, damit ich es im wahrsten Sinne begreife. Meine Hände und meine Arme sind ein Wunder der Natur. Ihr lieben Hände, ich danke euch von Herzen für eure Dienste. Meine lieben Arme, ich danke euch von Herzen für all eure Dienste. Ich bin so glücklich, dass ich euch habe und dass es euch gibt. ich bin so glücklich, dass ich mit euch das Leben besser fassen und besser begreifen kann. Fassen und begreifen zwei Begriffe, die unmittelbar mit euch meine Hände, meine Arme, die mit euch zusammenhängen. Und ich danke dir, du lieber, lieber Unterkörper, dass du mir schon so viel Lust im Leben bereitet hast. Die Lust der Liebe, die mich so tief berührt und durch meinen ganzen Körper läuft und mir den Moment der allergrößten Entspannung, des allergrößten Loslassens schenken kann. diesen Moment, in dem ich eins werde mit einem anderen, eins werde mit der ganzen Welt und eins werde mit mir selbst. Du, mein lieber Unterkörper, du hast mir schon ganz viel Liebe geschenkt und ich liebe dich auch, ich liebe dich tief und ich bin von Herzen dankbar, dass es dich gibt und dass du mir so herrliche Gefühle bescherst. Ich danke dir, ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen und ich danke all meinen inneren Organen die so perfekt zusammen wirken dass mein Körper einwandfrei funktioniert dass ich leben und essen und atmen und lieben und denken kann ihr inneren Organe ich habe euch noch nie gesehen ich kenne nur eure Namen und doch möchte ich euch von ganzem Herzen danken Ich danke euch für eure Treue ich danke euch für die Kraft die er meinem Körper schenkt und ich danke euch für alles und 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 je spüre ich, wie sie jeden Quadratzentimeter, jede Zelle einnimmt, desto mehr spüre ich, wie sie sich schützend über meine Gesundheit legt und ich spüre, wie sie die Heilung anstößt und wie sich mein Körper von Minute zu Minute noch, noch wohler fühlt. Dafür danke ich dir, danke ich dir sehr. Und meinen Füßen, die mich schon so viele, viele Kilometer durchs Leben getragen haben. Meinen Beinen, auf denen ich sicher im Leben stehe. Meinen Beinen, mit denen ich gehen und hüpfen und springen kann. Meine Beine sind ein Wunderwerk der Schöpfung. Nicht einmal der beste Ingenieur der Welt könnte sie reproduzieren. Ich bin so, so dankbar, dass mir die Natur diese Beine geschenkt hat. So dankbar, dass ich auf meinen eigenen Füßen durchs Leben gehen und mit ihnen so viel spüren kann. Wie er zwischen meinen Zehen hindurch fließt und meine Fußsohlen angenehm kitzelt und wärmt. Es ist ein herrliches Gefühl, solche Beine und solche Zehen zu haben. Ihr Beine, ihr Zehen, ich danke euch von ganzem Herzen, dass es euch gibt, dass ihr mich tragt und dass ich mich so sehr auf euch verlassen kann. Und zu guter Letzt danke ich auch noch meinem Kopf, meinem Denkzentrum, meinem Gehirn, in dem ich schon so viele spannende, so viele wunderbare Gedanken entwickelt habe. Mein Kopf ist eine eigene Welt und ich allein, ich bin ihr Schöpfer. Ich kann alles, alles denken, was ich denken will. Und was ich ganz intensiv und immer, immer wieder und wieder denke, was ich ganz intensiv und immer, immer wieder denke, das wird in meinem Leben wahr. Ich danke dir, mein liebes Gehirn, dass du mich mit der Kraft des Geistes ausgestattet hast. Ich danke dir für die Fantasie, für die Klugheit und für alles, was mich als Persönlichkeit ausmacht. Und ich weiß, dass du die Schallzentrale meiner Gesundheit bist. Und wenn ich mir die Gesundheit, wenn ich mir die Heilung nur intensiv genug vorstelle, dann breitet sie sich in meinem Geist und meinem Körper aus. Sie kann gar nicht anders. Sie breitet sich in meinem Geist und sie breitet sich in meinem Körper aus. Und ich danke dir, liebes Gehirn, dass du genau jetzt diesen Gedanken an Gesundheit und Heilung aufnimmst, dass du ihn füllst mit einer großen Kraft und dass du Gesundheit, vollkommene Gesundheit durch jede meiner Poren fließen lässt, Gesundheit durch meinen ganzen Körper fließen lässt, herrliche, vollkommene Gesundheit. Und jetzt, jetzt genieße ich dieses Gefühl noch einige Zeit, ehe ich diesen Brief an dich, mein geliebter Körper, mit einem ganz besonderen Dank abschließen werde. Slausi ist Untertitelung des ZDF, 2020 Ich liebe Dich, mein Körper. Ich liebe Dich, mein Geist. Ich liebe Dich, meine Gesundheit. Ich liebe Dich, meine Selbstheilung. Ich liebe Dich. Ich liebe Dich so sehr, weil Du mich beschützt. Ich liebe Dich so sehr, weil Du mir Kraft schenkst. Ich liebe Dich so sehr, mein lieber Körper, weil Du mir Energie zuführst. Ich liebe Dich so sehr, weil Du mich immer, immer vorwärts bringst. Ich liebe Dich so sehr, weil Du mich entspannen lässt. Ich liebe Dich so sehr, weil Du mir das Wunder der körperlichen Liebe schenkst. Ich liebe Dich so sehr, weil Du mir Fantasie schenkst. Ich liebe Dich so sehr, weil Du für mich da bist. Ich liebe Dich so sehr, weil Du schon am ehesten Tag meines Lebens für mich da warst. Ich liebe Dich so sehr, mein liebster Körper, weil sich meine Gesundheit immer, immer wieder erholt. Ich liebe Dich so sehr, weil sich deine Zellen ständig erneuern. Ich liebe Dich so sehr, mein liebster Körper, weil Du mir beides schenkst, Beständigkeit und Erneuerung. Ich liebe Dich so sehr, mein liebster Körper, weil ich mich immer auf Dich verlassen kann. Ich liebe Dich so sehr, weil Du mich heilst. Ich liebe Dich so sehr, weil deine Gesundheit größer ist. Ich liebe Dich so sehr, mein liebster Körper, weil du mir immer wieder Kraft und Gesundheit schenkst. Ich liebe Dich so sehr, mein liebster Körper, weil du mir immer wieder Kraft und Gesundheit schenkst. Ich liebe Dich so sehr, mein liebster Körper, weil du mir immer wieder Kraft und Gesundheit schenkst. Das war der Liebesbrief an deinen Körper. Ich lade Dich ein, ihn mindestens einen Monat lang täglich zu hören und damit die Verbindung zu deinem Körper, zu deiner Gesundheit und zu deiner Selbstheilung ganz enorm zu stärken. Nun darfst Du langsam zurück in den Raum kehren. Du darfst Dich räkeln. Du darfst Dich strecken. Du darfst bewusst die Geräusche um Dich herum hören und an das denken, was gleich anliegt. Und wenn Du magst, darfst Du auch die Augen wieder öffnen und das herrliche Gefühl dieser Hypnose, dieses Liebesbriefes in Deinem geliebten Körper genießen. Und wenn Du Deinen Körper und Deinen Geist dauerhaft stärken willst, dann nutzt die Chance, Dich jeden, jeden Tag des Jahres von mir persönlich begleiten zu lassen. In meiner 365-Tage-Challenge bekommst Du täglich neue Impulse und kleine Aufgaben, die Dir ein erfüllenderes und auch gesünderes Leben schenken. Der Aufwand liegt nur bei drei Minuten pro Tag und es funktioniert vorzüglich. Ich habe ganz viele Rückmeldungen von Menschen bekommen, deren Leben sich durch diese Challenge verändert und deren Gesundheit sich verbessert hat. Deshalb möchte ich Dir die ersten 14 Tage zum Testen schenken. Schau jetzt mein Webinar, das 3-Minuten-Geheimnis. Es ist eingeblendet zum Anklicken und Du findest den Link auch unter diesem Video. Dort erfährst Du alles über die Challenge und wie Du von ihr profitieren kannst. Und ich freue mich schon sehr, Dich dort zu begrüßen. Und nun wünsche ich Dir ganz viel Gesundheit, Selbstheilung und Selbstliebe. Dein Martin Werle Dein Martin Werle